Zuerst stellen wir sicher, dass die Übungsbank entsperrt ist. Dann nehmen wir das Seil von oben rechts und platzieren es in der fünften Öffnung von oben im Rahmen der Multipresse. Das gleiche machen wir mit dem Seil der linken Seite. Nun werden zwei Übungshandgriffe mittig in den Rahmen gesteckt. Danach werden zwei Übungsgriffe in die RM-Fußstütze seitlich eingesteckt und das Ganze im unteren Rahmenbereich platziert. Als nächstes stecken wir das größere RM-Polster in die Sitzlehne als Übungssitz und das kleinere in die Fußablage, was als Rückenlehne dient. Nun müssen wir im hinteren Teil die beiden oberen Kabelzüge anschließen. Das gleiche, was wir an dieser Seite machen, muss auch an der anderen gemacht werden. Zuerst vergewissern wir uns, dass der obere Kabelzug angeschlossen ist. Für die Übung ist zu beachten, dass wenn auf einer Seite 10 kg aufgelegt sind, auch für die andere Seite 10 kg aufgelegt sein müssen. Jetzt setzen wir einen doppelten Kabelzug ein, den wir mittels Sicherheitsschraube fixieren und mit dem oberen Kabelzug verbinden. Dann nehmen wir einen Trizeps-Curl-Griff mit fünf Karabinerhaken daran und stecken an den letzten die Kabelzüge beider Seiten. Zuletzt legen wir den Griff auf die Übungshandgriffe und können die Übung nun durchführen. 5. Untertitelung des ZDF, 2020